Die Ziegenflüstererin aus Perl, Köln. Ich glaube, die kennen dich, Schatz. Guck mal, die sagt gerade, hallo Babsi. Ah, guck mal, da pfeift einer schon nach dem. Nur, wir haben die Kartoffeln, Kollege, die kommen heute nicht. Süß, ne? Da sind wir an der Porzerheide, in der Querschneise. Ja, guck mal, wie schön die hier öffnet. Ja, ich mach mal den Sack mit. Ne, hab ich jetzt jetzt Brötchen und so aufgewacht. Hast du das wieder abgeschlossen? Klar. Hast du Angst, hier klaut jemand was aus dem Koffer? Ich hab Angst, dass meine Zigaretten weggehen. Ja, jetzt haben wir keinen Saft mehr. Ja. 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 Ja.